Das Wechseln der Batterie in einem Skoda-Autoschlüssel ist ein unkomplizierter Vorgang, der ohne besonderes technisches Know-how durchgeführt werden kann. Befolge diese einfachen Schritte, um die Batterie in deinem Skoda-Autoschlüssel zu ersetzen. Schritt 1. Lokalisieren der Batterie Die Batterie des Skoda-Autoschlüssels befindet sich auf der Rückseite des Schlüssels. Dies ist in der Regel die flache Seite, auf der keine Tasten vorhanden sind. Schritt 2. Entfernen der Abdeckkappe Um die Batterie zu erreichen, musst du die Abdeckkappe auf der Rückseite des Schlüssels entfernen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um an die alte Batterie heranzukommen. Halte den Schlüssel fest in der Hand, wobei die Abdeckkappe nach oben zeigt. Drücke den Knopf, damit der Schlüssel herauskommt. Jetzt ist das Einsteckfach für den Spüssel frei zugänglich, dass man gut an die Abdeckkappe rankommt. Verwende ein flaches Werkzeug wie einen Schraubendreher oder eine Münze, um vorsichtig in diesen Schlitz zu drücken und die Abdeckkappe zu lösen. Achte darauf, keinen übermäßigen Druck auszuüben, um Kratzer oder Beschädigungen am Schlüssel zu vermeiden. So wie es im Video zu sehen ist. Schritt 3. Austausch der Batterie Nachdem du die Abdeckkappe erfolgreich entfernt hast, wirst du die Batterie sehen, die du austauschen möchtest. In den meisten Skoda-Autoschlüsseln wird eine CR2025 Batterie verwendet. Ein Link zur Batterie ist in der Videobeschreibung enthalten. Entnimm vorsichtig die alte Batterie aus dem Schlüssel. Beachte die richtige Ausrichtung, insbesondere die Position der Plus- und Minuspolen. Setze die neue CR2025 Batterie anstelle der alten ein. Beachte, dass die Batterie schräg unter den Kunststoffstick eingesetzt werden muss, so wie es im Video zu sehen ist, um richtig zu passen. Stelle sicher, dass die Pole in die richtige Richtung zeigen. Es ist ratsam, die neue Batterie mit einem sauberen Taschentuch oder Handschuhen anzufassen, um zu verhindern, dass Fingerabdrücke oder Öle auf die Batteriekontakte gelangen. Dies kann die Leistung der Batterie beeinträchtigen. Schritt 4. Anbringen der Abdeckkappe Sobald die neue Batterie eingesetzt ist, setze die Abdeckkappe wieder auf den Schlüssel. So wie man es im Video sieht. Drücke sie sanft, bis sie einrastet. Stelle sicher, dass sie sicher befestigt ist. Das war's. Du hast erfolgreich die Batterie in deinem Skoda-Autoschlüssel ausgetauscht. Dein Schlüssel sollte jetzt wieder optimal funktionieren. Bis zum nächsten Mal. 记住 den Schlüssel, continue morte Verbinderalartist werden. Wirenciam den Schlüssel, befreundet werden.